Er singt nach unten. Dieses Lied muss Sergej, mein Urgroßvater, sehr geliebt haben. Ein Luftschiff, das in Stürmen Ruhe sucht, hat er all seinen Söhnen als Schlaflied vorgesungen. Auch meinem Großonkel Eugen. Das ist die Urne, in der die Asche Sergej Tchachotens liegt. Wann ist denn Ihr Urvater verstorben? Schon vor einiger Zeit, das ist 1973 gewesen. Ich hatte nie gefragt, wo Sergej begraben liegt. Aber dass er gar nicht bestattet war. Seine Rhetorik war überwältigend. Ich würde sagen, er war letztendlich der Sozialistische Partei, der Dr. Goebbels, der Nationalsozialistische Partei. Ich sagte, die Leute grüßt die Freiheit. Freiheit. Freiheit! Ich nehme diese Möglichkeit, um zu denken, auf diesen Schnitt. Wenn du ihn mit deiner Mutter haben willst, dann will ich ihn mit meiner Mutter haben. Das machen wir da. Dann wird das ja, wie heißt man, das wird wieder Bigamie. Uženny war 30 Jahre, um diesen Punkt zu stellen. Er hat eine Pension, er hat eine Maschine, er hat Geld. Er hat alles, er war nicht in der Lage, das zu erzeugen. Das ist für eine Meinung. Wunderschön von drei Ferkelgeschoss. Alles Quatsch. Völliger Blödsinn. Ich bin kein Freund von Theremonien und Ritualen. Aber eigentlich wäre es doch schön, oder? Wenn es noch zu einem Ende kommen würde. Geht nicht. Jetzt, kategorisch. Diese Angelegenheiten muss ich regeln. Die Brüder. Die haben ja die Urnen, nicht? Die Brüder. 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 Die Brüder.